ARD Text im Auftrag von Funk Ja? Wo ist mein Zeug? Er ist unterwegs. Mit Akku noch am Laden. Du hast 10 Minuten! 30% geladen. 30% geladen. ARD Text im Auftrag von Funk Ja, komm! Mann, der Ball ist viel zu klein. Der Ball ist viel zu klein. Oh, komm! Und deine Gruppen sind voll unfair. Zwei gegen einen. Dann machen wir einen Penalty. Okay, Alina, du gehst ins Goal. Ja, und Luna, du schiessst jetzt. Wenn du ihn triffst, dann darfst du dich bleiben. Aber wenn du ihn nicht triffst, dann musst du ins Goal. Okay. Wenn du ihn nicht triffst, dann gebe ich dir 10 Franken. Okay. Willst du ihn angenommen? 20% geladen. Absturzgefahr hoch. Ist mir wirklich 10 Franken, wenn ich den Ball ins Goal triff? Ja. 10 Franken? Ja. Okay. Batterienstand kritisch. Bitte laden. Batterie vollständig aufgebraucht. Guck, Drohne stürzt ab. Hey, was ist das? Das ist eine Drohne. Warum sind da Säcke mit weißem Pulver drin? Und wieso ist die denn i-zahlig schien? Und, was ist es jetzt? Ähm... Ah, C7H21NO4 Hey, was ist das? Guck's dann. Wir müssen ja die Polizei anrufen. Nein, komm, nehmen wir den Fall selber in die Hand. Was? Spinnst du? Es geht doch um 2,6 Guck's. Leute, ich habe eine Idee. Wir klingeln einfach überall und sammeln Unterschriften. Und dann vergleichen wir die Unterschriften mit der Unterschrift auf den Eins-Hallo-Scheinladen. Ein bisschen, wer wäre es? Okay. Und hier alles? Ähm, Christengut, Arnold, Gasser, Heller, Gangor, Ichmann, Keller, Hasen... Hallo? Hallo, wir sammeln Unterschriften für den Klimaschutz. Würden Sie gerne unterschreiben? Danke vielmals. Hallo? Hallo? Grüezi, wir sammeln Unterschriften für den Klimaschutz. Möchten Sie gerne unterschreiben? So. Schönen Tag. Hallo, wir sammeln Unterschriften für den Klimaschutz. Möchtest du unterschreiben? Nein, sorry, Minja, das ist nicht zuhause. Du kannst ja trotzdem unterschreiben. Nein, sorry. Hallo zusammen. Grüezi, wir sammeln Unterschriften für den Klimaschutz. Würden Sie unterschreiben? Sicher. Grüezi, Herr Gangor. Wir sammeln Unterschriften für den Klimaschutz. Möchten Sie gerne unterschreiben? Danke. Oh Mann, was sollen wir jetzt machen? Ich weiss doch nicht. Ich habe einen Plan. Wenn wir die Möchten von 2,5 auslechnen, dann kommt man genau auf... Sorry, warte kurz. Kannst du das weiter auf Deutsch sagen? Also... Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ihr legt ihn ab, du laberst ihn zu und du lächelst ihn schön an. Und ich komme durchs Fenster hinein, drohne und die beiden Säcke mit Kokain bei ihm platzieren, damit die Polizei das nachher bei ihm findet. Und dafür hast du diesen großen Plan gemacht? Ey... Es muss halt alles genau ausgerechnet werden. Ah klar. Hallo, sind Sie Herr Gangor? Wir haben hier ein kleines Geschenk für Sie, ein Massen. Ich hoffe, Sie sind nicht allergisch auf Mandelnöcke, Karamell. Oder sind Sie etwa auf die üblichen Zutaten allergisch? Also auf Eier, Mehl, Zucker, Salz oder Butter? Ah ja, kleines Schokostückchen sind auch noch drin. Ich liebe Schokolade. Lieben Sie auch Schokolade? Mein Lieblingsschokolade ist... dunkle Schokolade. Schnell, ich liebe Palizteja! Ja, ich muss es. Grabe! Schnell, ich bin einfach so... Ich mache es. Aber ich mache es. Hebe an. Luchs! Tag 2, Szene 3, Tag 3! 3, 2, 1, Action! Ты bist their! Jaens! Alles Lachen! Herzlichen Glückwunsch! اشke! un Z 49, 2, 2, 1! Z 1, 3, 2, 1, 3! 10, 3...